Sagt mir, wo ist euer Erbauer jetzt? Ruft nach ihm. Ruft seinen Zorn auf mich herab. Ihr könnt es nicht, denn er existiert nicht. Sie werden von den Venatori befehligt und die stehen wiederum im Dienst irgendeines Ältesten. Die Templer kommen, um euch zu töten. Wenn wir diesem Monster standhalten wollen, müssen wir die Schlacht kontrollieren. Mehr Schmerz dieses Mal. Der Älteste wird kommen. Ihr seid ein Fehler. Ihr hättet nie existieren dürfen. Inquisition mit dem Herald für euer Leben, für uns alle. Es endet hier und jetzt. Verneigt euch vor eurem neuen Gott und ihr werdet verschont werden. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!